Leute, Norris nicht abgefiffen. Da draußen warten immer noch Kunden. Die wollen euch kämpfen sehen. Trainer, ich berate hier einen Kunden nach dem anderen. Erarbeitet Chance um Chance, ich bin so nah dran. Da sind trotzdem noch Freiräume im Finanzkonzept. Die musst du schließen. Kannst auch mal eine steile Vorlage spielen. Gerade diese lassen unsere Kunden jubeln. Leute, das ist ein Halbenspiel. Und es ist noch nicht vorbei. Geht raus und kämpft für eure Kunden. Ihr seid Sparkasse. Vielen Dank.